ja ja leute hallo ich komme hier zu Mike für Ticketlights und mit Futur und Sven und mir natürlich ja Sven und mir und Futur lassen wir mal wieder außer vor hat er gesagt, hör zu alter gehörte ihm doch nicht zu ich tue mal, ich tue gerade Tiere in den Bounder 9 er tut aber sie sind 64 x 64 4 x 64 Rechner Rechte kann denn nicht ein bisschen 4 oder aber in die Zahl gibt es nicht ah, schnell mal, oh fuck, wo ist mein Handy ne Uhr weil ich, ich muss jetzt 4 x 64 in der, das ist 10 nachhalter ich setze 64 x 64 Blöcke Tablestone ich mache sowas bis 10 nach ja 10 nach, okay Aua Habe ich das eigentlich nicht vorher schon gemacht? dann hätte ich nicht den ganzen Scheiß jetzt nochmal zu tun? na egal das ist es mal wert was spinne, Dreckschwein machen wir eigentlich nicht mehr Safari in der Bälle fach Sven hat er Sven gemacht ich kann es auch wirklich die Craft von mir aus ne 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 das wäre ja Arbeit ne ich habe den langweilsten Job ever aber ich finde durch das Mod Pack, äh, Pack, sehen die Steine richtig geil aus Texture Pack Texture Pack Texture Pack, genau nicht Mod Pack na das Mod Pack ist auch geil und Pixel Spiele Red Star Repeater what, oh no, meine Energie ist auch zack so geht es am einfachsten ah nein boah wie heißt das? was denn? Haarschlicken ja wie baue ich das jetzt? weiß ich nicht das ist eine gute Frage denn es ist eine andere Frage da haben wir keine Antwort drauf muss ich laufen, ey oh war ich ja immer Lappen näher ah ok ne Lappack habe ich aber ist noch eins im System ne ich habe ein Lappack ich habe auch eins ja was finden wir uns hier immer so Depp ne da braucht sie nicht mehr ja weiß ich nicht aufhören Pöken zu machen, Sven? ja habe ich schon nur noch die da stehen die über gemacht also auch die Semblings oder was? ja jawoll das sind doch mal so 100 ja so Pipepo oh wie heißt das? weil wenn du bei einer Schaltung brauche ich dafür Nordgate und Orgate und XNorgate und XRgate und dann Pulsformer Pulsformer brauche ich schonmal nicht ich habe keine Ahnung was du baust ich will ich habe drei Lichtschalter ich will quasi eine Wechselschaltung bauen dass du mit allen Lichtschaltern immer das Licht an- und ausleiten kannst wo ich stelle die Börder momentan mit Schleim Zombie Creeparmee er auf dem Riesenfeld was ich da angelegt habe lebt wollen halt die Viecher ohne Ende ah ich weiß wie ich brauche boah bin ich boss boah bin ich boss boah bin ich boss das gleich eigentlich ist total kompliziert aber eigentlich ist das gleiche bevor ich mich da einlese was ich da machen muss einfach what the fuck bei der Hand weggeworfen wenn ich nicht wache äh so ok 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 jetzt bin ich gut ja sonst hm hm alter hm meine Fresse deine Fresse ja die ist echt fuck you fuck you wenn äh Foto wollte es nicht ich hier nicht der Aufnahme äh ja alles blinkt alles blinkt Aachen musik selber hat er er zählen und da sie waren würde nicht nur gekippt als das einsteigen auf mit mit okay ich wusste gleich kontrolliert war ausschalten ne es wurde das und gestellt hat weil es weil ich gleiche weiter wenn ich über 30 und ab geht ja das ist ja nicht fliegen hast ein Jetpack ja ich kann mein Chat-Pack aber verstärkt werden quasi Stabilisieren wenn ich das einschalten werde ich gekickt das passiert er schaue kann ich zum Beispiel einstellig mit einer keine Ahnung Höhe 30 40 Fliegen über dem Boden und dann stelle ich da mein Chat-Pack Einholflieger und warte immer auf dieser Höhe wenn ich lerne, hast du festgehalten werden das weißt du? aber dann sagt mir nein du cheater du cheater nö ein guter Server mag ich wenn ich die ganzen Blöcke weggemacht wo drüberstehen wo ich zu hoch gesetzt habe jetzt brauche ich einfach mal 10.000 neue drauf ich habe die Eier und ich mache einfach nur oh wir müssen da jetzt ein bisschen runter ich habe viel zu viel probieren glaube ich an was ich habe eine Schaltung hier ich habe so viel Müll in meine Wente was ist da los irgendwie lecker Server äh ne Marc ja Sven du hast richtig schlechte Verbindung ja aber richtig dann nix bei dir das ist nicht meine Verbindung was ist das gekickt ne du bist auf dem Server gekickt ne ich nicht mehr auf dem Server ne noch auf dem Server kick mich mal auf dem Server kick mich mal bitte vom Server Moment Moment äh kann ich das in den Befehlstask eingehen ja jetzt bist du vom Server ja du wurdest geleftet weil du hast geleftet erst jetzt ich wurde geleftet ja jetzt habe ich ja wieder vor der Verbindung sag ich doch das lag mit den Kicks zusammen ich töte jetzt mal die Hühner ja ne genug ah es blinkt wieder alles ich gebe Hühner dann zieh ich halt raus bis zur nächsten Folge und gut was ist rausziehen wenn meine ich das also ist halt deine Rüstung ausziehen bis zur nächsten Folge Gutes soll sich Ender-Chaste machen dann klaut zum auch keiner töt derive stöbts stebe leck jetzt die wieder rum wot the fuck es kann nicht am Server liegen also bist du hier schon Disconnector Lancer ne das kann eben ist kein Server lag gehe daheim vielleicht doch die Pornos ausschalten gaypornos gaypornos im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn im Arsch lecken Kennst du ja heute auch noch aus, du! Hast du kein Ted angeguckt? Ted 2? Nein, noch nicht Kulturbanause Weißt trotzdem ein bisschen verstärkt, dass du das so gut auskennst Das ist ein Trailer, guck dich mal ein Trailer an. Das ist so gut angehört, was das ist, ne? Ich bin ja erst dann beim Hören beim Argosmus bekommen, ne? Ja, total Das war echt so Oh nein, 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 Creeper! Oh, jawoll, vier Creeper hinter mir, boah! Ja, ob ich ihn ausleuchten, ne? Ja, genau, das Riesenfeld ausleuchten, da leuchtet sich schwarz Zwei, zwei, drei Federn und 35 rohes Hühnchen War geil Ist mal brazeln Die ganzen Löcher fixen, ach ne Ja, was ist denn hier gemacht worden, Alter? Sieht mir übelst crazy aus Am Weg Ich hab meine eigene Mob-Farm, super Sven, was hast du gemacht? Gut, was gewünschte Beleuchtung Okay, lol Sieht auch cool aus Aber sieht auch irgendwie crazy aus Sieht cool aus, aber irgendwie auch crazy Irgendwie auch kacke Cool kacke Kacke cool Kacke cool Daddy cool Boah, das wollte ich grad sagen, Alter Daddy, daddy cool Hör auf, dann geben wir noch GEMA Daddy cool Ja, gut, bei meinem Gäste sagen nicht Die zahlen uns eher noch Geld, dass ich aufhör zu singen Ja, weiß ich auch nicht Das sind 3 Millionen Oh, wie heißt ich nächstes Mal die Schnauze beim Video machen? Boah, ich hacke jetzt mal die Farben ab, Alter Ich mach mal so ein Deathpoint mitmachen, man Mann Alter, wie viele Kabelst du und ich das setzen muss wie das Riesenfeld Warum ist dein Schalter und wo? Ich mach den lieber nicht Nein, mach den Schalter nicht an den Türen Wir sind für das geplante Lichtsystem Ja, das weiß ich Was mich grad zum Verzweifeln bringt So, mal gut, das haben wir zum Verzweifeln kommen Ich würde helfen Creeper An der Farm plötzlich aus dem Nichts gekommen, Alter Ja, ja, da hast du mir nicht aufgepasst Nee, der kann auch noch nicht sein, Alter Aus dem Weizen, Alter Ja, aber jetzt Weizen so hoch steht Ja, übrigens Ja, sieht man, fand ich in dein Creeper drin Nein, aber Ja, ich weiß nicht Na mach ich nicht Mag, ich glaub mit aktuellen Umstellen brauche ich noch ein bisschen bis ich zu deiner Farm komme Ja, ganz stimmt Auch doch Ah, Alter, ich hab das grad Hmm, hm Was ist das überhaupt dann? Ich werde hier zu kämpfen grad Ist denn das überhaupt? Was? das ist komische flexis doch bei einem kann er so ein ganzes Wolle draus machen aber dafür habe ich genug ich habe es aber angefangen wie immer alles wir haben der Wale genug glaube 400 oder so alle der 800 Kürze bräuchte auch mal ja schon der die Kuh das ist ein Ohrwurm auch wir müssen jetzt die Jugend zensieren weil Markus nach vom PC ist jetzt müssen wir jedes Mal ein Piepton machen bevor die ganze Jugend verspürt wird immer wenn ich was sage einfach nur immer wenn er den Mund öffnet mh ach nö dann bist du nur beschäftigt ja ja Markus ist auch ich fühle euch weg Alter haha wie Spaß ja Markus hast du gerade was zu tun? ja musst du mal hier rüber kommen und mal angucken was ich hier wenn du Rifts gebaut hast ja nö bin noch dabei dann komm ich nicht dabei steht doch schon Rift ach so Rift ich habe Mist verstanden ja sie heben gerade noch dabei man kann auch bei Mist zu bauen ja musst du mal in die Aufnahme kommen wie das wenn man das von Hand macht das ist übelst die Arbeit ach wirklich das ist mein Tempel hat nicht die Arbeit gekostet er war scheiße mein Wissen der Schäden ist oben der freie Tempel Acht Japan die ab und Tempel Möller und Format der Bewerber für den ließen Arne Riesen-Stadt wird das jetzt es ist der Fall bestehend das was er den Kopf ich hatte den Kopf hat er auch er als er ist gelten der HMV-Helm sie sieht geil aus der Bestiener zu arbeiten jetzt wird wie viele tausend blöckige Sitz HLF 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 was ich hier baue das ist jetzt die unterste schicht immer so ein underground ich verzweifle an der scheiße hier underground guck gibt's internet google bitte außer du benutzt irgendwie yahoo oder so yahoo oder bing ich bin mir vor der hu-boy ich bin mir vor er hat mich für die europäische heute ich denke mir wird der barbe hier vor dem boy hässlich neue städte ein klar wird so und Wechselschalter und siehe nicht mit damit Toriel von der Wechselschaltung in Minecraft die Minute noch jetzt haben wir sie noch also also 2.50 hier zuck zuck das kommt nicht mehr ich habe ein komplettes Inventar- und dann sehen wir das Bis nächstes Mal mit seiner Wanderung von Michael F. Take it, Leute. Servus. Du du. Ciao.